Du musst was machen. Wer was macht im Strafraum, muss der Verteidiger reagieren. Er kann nicht stehen bleiben, wenn ich aushole. Muss er springen, er kann nicht anders. Es waren Top-Spieler da. Wenn ich an Dieter Basz denke, an Burgsmüller denke, an Willi Lippens. Helmut Rahn und Penny Islager haben die Leute hier begeistert. Das waren außergewöhnliche Fußballer mit Spielwitz und Genialität. Das ist mein Verein, mein Hobby. Ich stehe auf Rot-Wals. Seerot-Weiß in einem neuen, schönen Stadion spielen. Bundesliga-Fußball, Erste Liga. Bundesliga-Fußball, Verspielen Betrofenne Untertitelung des ZDF, 2020